Vielleicht wurdest du auch von einem Dämon heimgesucht. Das sagen die meisten Kriminellen, wenn sie erwischt werden, dass sie von Dämonen besessen sind. Um weniger Strafe zu kriegen. Bist du ein krimineller Pius? Komm mal in die Game geguckt. Das ist normal in Bayern, so läuft jeder hier rum. Seit 2023 läuft hier jeder so rum. Ich bin schon lange keinem mehr begegnet, der nicht so eine Maske auf hatte. Also falls du dir mal Urlaub machen willst, nimm sie am besten mit. Und sobald du über die Grenze fährst, aufsetzt. Dann werden dich die Leute ganz anders begrüßen. Fanta-Kuchen ist pervers. Okay, warum sitzt er da nicht hinter Gittern? Bumts. Bumts. Okay, anyone? No. Den Kuchen isst er morgen zu Hause, allein nachdem er beim Arzt war. Oh, true. Mit Salami, Salat, Remouladensauce, Gurken, Käse. Also ein richtig geiles Sandwich. Für 1 Euro. 1,10 Euro. Leberkars-Semmel für 60 Cent. Und ein Gewürzkuchen auch für 60 Cent. Also wirklich insane günstig. Also halt literally ein ganzes Mittagessen für 2 Euro, basically. Also ein Sandwich plus ein Stück Kuchen für unter 2 Euro. Also das war geistesgestört. Und das war bis ich die Schule verlassen habe, 2014 war das noch so. Ich meine, das ist jetzt fast 10 Jahre her, aber trotzdem. Alter, das war wirklich insane. Ich meine, klar, für den Schüler sind auch 2 Euro viel, weil jeden Tag 2 Euro sind 10 Euro die Woche. Ist nicht ohne. Wenn du kein Geld verdienst. Aber das war wirklich insane. Also ich meine, wird heutzutage safe nicht mehr so günstig sein. Das garantiere ich euch. Aber wenn die es halbwegs im Verhältnis gelassen haben. Ready. Level 140, baby. Let's go. Easy. Easy. Nicht mal Feuerwerk-Atom. Oh, okay, da kommt's. Hey, noch mehr Feuerwerk? Muss ich noch mehr Feuerwerk haben? Wo ist mein Feuerwerk? Verdammt nochmal, mein Metall ist so zugemüllt. Oh. Hä? Ah, hier hab ich noch was. Wo sind die anderen Sachen? Ich muss viel mehr haben. Fuck. Komisch. Dead Server. Das ist echt, ja. Damn. Atom ist loaded mit Feuerwerk. Aber weißt du, was auch loaded ist mit Feuerwerk? E-Sportler. Woohoo. Let's freaking go, baby. Dang. Easy. Fix this dream. It is what it is. Da müssen wir hier noch ein bisschen die Battle-Passe pushen. Oh, Level Up hier auch nochmal. Yes, sir. Wish me luck, guys. Hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Alle drei geklappt. Hat auch geklappt, hat auch geklappt. Hat auch geklappt. Bisher noch keinmal gescampt worden. Hat auch geklappt. Wurde noch keinmal gescampt. Wurde noch kein einziger Upgrade-Versuch gescampt. Auf FEC hätte ich jetzt schon fünf Dinger nicht bekommen. Für einen Battle-Pass-Fortschritt. Falsches Upgrade-Material ausgewählt. Was laberst du? Keine Ahnung, was mit manchen Leuten nicht stimmt. Der hat mich halt gestern angeschrieben. Ich bin, ich habe mich halt eingeloggt, aber halt nicht wirklich. Also du loggst dich ja automatisch ein. Dann hat er mich halt übelst zugetextet. Ich habe ihn nicht in meinem Messenger. Also keine Ahnung, wie er mich... Also ich bin quasi eine Sekunde neuner gewesen. Dann klicke ich immer sofort auf Lockout, weil ich werde auf Buro denken. Man kann ja nicht Charakter wechseln. Dann textet der mich legit fünf Minuten zu mit irgendwelchen random Fragen. Keine Ahnung, wie er mich überhaupt so erwischt hat. Er hat mich quasi angeschrieben in dem Moment, wo ich mich eingeloggt habe. Fast unmöglich. Und dann habe ich alle seine Fragen trotzdem irgendwie probiert zu beantworten. Level 90er Psykeeper, der wissen wollte, mit welchem Equipment er Red Meteor farmen soll. Mit Level 90. Wo ich mir dachte, was willst du das jetzt wissen, wenn du noch beidem davon entfernt bist? Dann schickt er mir random Ahren-Gowns, die ich überhaupt nicht haben will. Plus ich nehme keine Geschenke an. Nämlich schicke ich sie ihm zurück und sage, ich brauche sie nicht, aber danke. Und dann schreibt er, aha, eingebildet. Okay. Hast du irgendwie einen Gehirnfehler oder so? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Meine Fresse. Was kann man daran eigentlich einfach nicht verstehen, dass ich keine Geschenke annehme? Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Da muss doch irgendwas im Kopf falsch laufen, wenn du jemandem sagst, ich will das nicht. Und der sagt, oh, bist du also eingebildet. Keine Ahnung, was mit den Leuten nicht stimmt. Das geht mir so auf den Sack. Wenn du es annimmst, bist du ein scheiß Donator, der ohne Donations nichts an, nichts geschissen bekommt. Und wenn du es nicht annimmst, bist du ein eingebildeter Wichser. Vorher habe ich 180 S-Pros und 180 A-Pros gefunden. Die sind vom Laster gefallen. Die lagen da einfach auf der Straße. Da ist die Naruto-Musik. Naruto! Ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Naruto-Soundtrack. Erste Naruto. Und der Hater. Mit was arbeiten wir hier? 18,7. What? Oh boy. 18,7. Das sind ja fast 10 Stück, wenn ich die nur für knapp über 6 Millionen verkaufe. Neune? Also neune müssen es werden, sonst sieht es schlecht aus. Also müsste der Grindstiler 10 Stunden streamen. Nein, nein. Ich gehe dann in Ruhe offline. Du grindest für mich. Diamond King is back, baby. Diamond King. Buying corrupted Mushboy with F-Coin? Der meint doch bestimmt Selling, oder? Der Typ heißt einfach Fly Fat Fuck. Junge. Das ist echt mit diesem Game nicht in Ordnung. ?